Und noch, ne? Können wir dann, das ist die letzte, oh, Katzen? Genau, dann wäre das, glaube ich, die letzte Quiz, dann können wir ja danach noch ein bisschen farmen. Ja, ein bisschen hier SP, das bla, Dings hier und so, aber ein bisschen, ein bisschen farmen. Ich paralysiere, sehr schön, so muss das. Wow. Ding, ich fette. Oh, doch, ich fette, doch. Okay. Okay, nice. Blended. Ouch, ouch, ouch. Oh, man. Oh, danke. Oh, danke. Oh, Vorsicht. Oh, man. Also, du bist nicht erwischt, ey. Okay. Oh, man. Ist das eigentlich leere Vergiftung, oder? Äh... Boah, gute Frage. Ich weiß, damals war das einfach eine ganz normale Vergiftung. Äh, und... Und Red Bean hatte eine schwere Vergiftung. Aber... Krass. Aber gut, die Anja ist ja hier damals... Ist ja wieder alles ein bisschen anders. Ja, ja, weil einfach nur was über Zeichen ist anders. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, was ich sah. Ja. Ich muss sagen, weil... Ich muss sagen, was die Divas und Barb-Gestaltung bei mir angeht, das finde ich furchtbar. Als ob ich da ganz nach oben in der Ecke da gucke, was jetzt gerade da ist, ey. Ja, richtig. Also, ich muss sagen, ich sehe euren Kram eher als meine, ey. So meinung. Ja, wie auch. Ja, wie auch. Mal proben Helm. Ja, gut. Meiner wollte nicht. Oh, für die doch nicht. Danke. Ja, wie immer. Belasten. Oh, das macht aber auch diesen asozialen Schwanzwirbel, ey. Seh ich gerade. Ah, einmal nicht! Was? Äh... Nee. So, dann würde ich mal gerne wissen, wo hier die Schlafröte ist. Ich finde keine Belasten. Vielleicht wurde ich schon... Ah, können wir dir gelegt, vorsichtig. Es ist ungünstig, dass wir... Wenn die plötzlich einfach so... ...liegt. So, alle Bomben drauf, da fehlen... Nee, noch nicht. Ich muss die Energie zurück. Hast du? Hast du? Ja. Nice. Ich hätte den Schwanz kontern sollen, ey. Kurze Waffe schärfen. Weil ich mache schon, dass ihr schläft, ne? Äh... Da hab ich nicht drauf gehabt. Ich hab noch... Das ist gut. Ich bin jetzt da. Ich bin hier. Und dann geht's. Ah, nicht. Oh, jetzt eine Giftfalle. Ja, komm. Gute ist der, ja genau. Sie ist mehr am Boden. Das stimmt. Ich dachte, ich kriege den Feuerball. Ich merke, mit blauer Schärfe komme ich nicht ganz so gut durch. Das ist belastend. Aber ich habe halt nur, hauptsächlich glaube ich, Schärfe mit meiner Waffe. Somit ist mit der Kriegsgewaffe. Wahrscheinlich muss ich ihn erpflichtet, hier so ein Anomalikfest für Käse machen. Ich muss sagen, ich finde das cool. Und das mag ich. Ich finde, das kann ich mit der Rüstung auch machen. Dass am Ende alle Rüstungen gleichwertig sind. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber das finde ich cool, dass alle Waffen dann am Ende, quasi auch alle Waffen nutzbar sind. Das mag ich. Ja, belassen. Was? Er hat mich noch getroffen. Oh, das ist gut. Ach, scheiße. Ich muss mich erst heilen. Ah, nee. Alles gut. Also, dann muss ich mich nochmal drücken. Ich werde dafür nicht abstimmen. Ich werde dabei vollständig beziehen. Ja, also heilen im Sinne von Gegengewicht. Ja. Sonst hätte ich Meinung nach. Jetzt muss ich das mal filmen. Ja, ich war leider zu langsam. Ah, ich habe sehr wenig weiße Schärfe. Okay. Um, was ich so Fantastisch bekommen? Was ich soaremos? Oh, das ist das. Oh, das ist weg. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. No more, Mr. Nightgun! Get ready! No more, I'm not going to cry. No more, I'm not going to cry. Okay, I'll do it, but I'm not going to cry. Okay, let's go! Nice! Now is our chance! Perfect! Sehr, sehr nice! Miso-Zun Rüstung zu machen? Lohnt sich nicht. Wassereingriffstufe 3, Bubble Dance. Also ohne Wasserwaffe... Ja, genau, genau. Was spielst du denn für eine Mainwaffe? Hattest du das, glaube ich, geschrieben? Ich weiß das gar nicht. Aber... Ja, ne, Wasserwaffe ist schon ganz gut. Ich nehme auch, glaube ich, ich bin ein Freund davon, Rüstungen zu haben, die allgemein abgestimmt sind. Aber ich muss sagen, man kann auch, das geht ja auch, dass man...